Ich grüße Sie, rechts oder links? Meine Erfahrungen der jüngsten Zeit veranlassen mich, zu dieser Thematik ein paar Worte zu finden. Es gibt sehr viele Aktive, oft junge Menschen, die ihre Energie für eine bessere und fairere Welt einsetzen wollen, dabei aber oft nicht erkennen, dass sie im Interesse der bestehenden Machtstrukturen handeln. Vorab zum heutigen Thema ein paar Gedankensplitter zur heutigen Situation. Jeden Tag sterben auf dieser Welt zigtausende von Menschen an Hunger. Jeden Tag werden tausende von Menschen in Kriegen ermordet. Jeden Tag werden Millionen von Tieren in Qualhaltungen geschunden und hingerichtet. Jeden Tag arbeiten wir an einem irrsinnigen Wirtschaftswachstum und zerstören damit die Natur. Unsere aktuellen Volksvertreter sehen oft tatenlos zu, aber nicht nur das. Sie senden sogar unsere jungen Bürger uniformiert in fremde Länder, damit sie dort unter Vorwänden, die auf Lügen basieren, Menschen töten. Das eigentliche Ziel, das im Erobern liegt, mit dem Anliegen, die bestehenden Umverteilungsprozesse aufrechtzuerhalten, kennen die ausgesandten, bewaffneten Täter natürlich nicht, wodurch sie ebenfalls zu Opfern werden und später als Veteranen oft lebenslange psychische Qualen erleiden. Dass es den Auftraggebern letztlich nur um Macht und Geld geht, lässt aus meiner Sicht die Vermutung niederer Beweggründe zu, wodurch man den Tatbestand des Auftrages zum Mord beweisen könnte. Unter diesen furchtbaren Einflüssen leben wir nun alle. Und das kann nicht spurlos an den Menschen vorübergehen. Burnout und schwere Depressionen sind die Folge. Aber längst nicht nur bei den exekutiven Beamten wie Polizisten und Soldaten, die diese Arbeiten umzusetzen haben, sondern auch bei den arbeitenden Menschen zu Hause, die hierfür Waffen und Munition herstellen, beziehungsweise sie mit ihren Steuern bezahlen. Eine direkte oder latente Verzweiflung der Bürger führt natürlich auch aktive Gruppen zusammen, die einfach etwas tun wollen und Zivilcourage zeigen. Die emotionale Aufladung dieser Menschen sammelt sich dann in gegründeten Bewegungen oder Blocks. Daraus ergibt sich natürlich ein großes Potenzial an Energie, das es aus Sicht der Mächtigen zu nutzen gilt. Wachsame Menschen erkennen die immer ausgefeilteren Methoden der Manipulationen, die von den Massenmedien und Politikdarstellern eingesetzt werden, um die Medienkonsumenten in Linke und Rechte einzuteilen und gegeneinander auszuspielen. So entsteht leider aus der ursprünglich hohen Motivation, etwas zum Guten zu bewirken, der Nährboden für extremistische Entwicklungen auf allen Seiten. Mir persönlich sind kaum Menschen bekannt, die absichtlich Böses tun. Insbesondere viele Aktivisten, die ihr Herz am rechten Fleck tragen, meinen etwas wirklich Gutes zu bewirken. Doch gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Wir neigen dazu, die Zusammenhänge dieser Welt empirisch zu analysieren, zum Beispiel durch vergleichende Beobachtung. Dabei wird das Problem der nicht vorhandenen Objektivität erkennbar. Wir können alles beobachten, bis auf den Beobachtungsakt selbst. Oder anders gesagt, das Prinzip des Messens ist nicht messbar. Hier entsteht also eine Art blinder Fleck. An diesem Schwachpunkt der Menschheit können die bestehenden Machthaber mithilfe der unterstützenden Politikdarsteller ideal einen Hebel der Spaltung ansetzen. Seit vielen Jahrzehnten ist es gelungen, eine Unterteilung zwischen Rechts- und Linksextremisten aufrechtzuerhalten, wobei große Teile der jeweiligen Aktivisten aus derselben Opfergruppe des Systems rekrutiert werden. Wir alle wissen, dass die wesentliche Ursache dieser verworfenen Welt in dem dauernden Prozess der Umverteilung von unten nach oben oder besser gesagt von fleißig nach reich zu erkennen ist. Dabei leiden übrigens sowohl die Reichen als auch die Armen. Die Reichen können sich lediglich die Psychiater leisten und haben durch Konsumorgien mehr Verdrängungsmöglichkeiten. Die im Grunde gleichgesinnten rechten und linken Aktivisten gehören allesamt zu der gesellschaftlichen Gruppe, die vom bestehenden sozialökonomischen System materiell und seelisch ausgebeutet wird. Die Leidtragenden bekämpfen sich nun gegenseitig, anstatt gemeinsam an den Ursachen zu arbeiten und danach den Extremismus gezielt abzulegen. Die oberen lassen sich übrigens genauso auseinander dividieren, indem sie sich mit gigantischem Luxus zu profilieren versuchen. Die Methoden, mit denen diese verwirrte Welt konstruiert wurde, sind vielfältig. Und ich habe sie oft kommuniziert. Wesentlich ist natürlich die Propaganda der kapitalstarken TV- und Radiosender gemeinsam mit den entsprechenden agenturgesteuerten Printmedien. Ich frage mich fast täglich, ob die Menschen nichts aus der Vergangenheit gelernt haben. In weniger als 100 Jahren wird man über die heutige Zeit vermutlich wieder sagen, wie kann eine Generation allen Ernstes behaupten, sie hätten nichts davon gewusst. Wichtig aus meiner Sicht ist es, dass wir jetzt dringend versuchen sollten, die Ruhe zu bewahren, um uns einen echten Überblick zu verschaffen. Das derzeitige historische, sehr seltene Zeitfenster des kommenden Finanzdesasters eröffnet die Chance für eine grundlegende Neuordnung. Aber es wird sich kurzfristig schließen. Nutzen wir es nicht, wäre das Ergebnis eine Neuauflage des jetzigen Systems der Teile-und-Herrsche-Paradigmen, um den fleißig-nach-Reich-Prozess nicht ins Stocken zu bringen. Momentan werde ich oft der sozialistischen linken Szene zugeordnet, da ich in diversen Veröffentlichungen das bedingungslose Grundeinkommen befürworte und die Diskussion über das bestehende Eigentumsrecht aktivieren möchte. Die Diskussion wohlgemerkt. Die einfache Frage, ist es eigentlich gerecht, dass derjenige, der Öl fördert, automatisch Eigentümer dieses von der Natur zur Verfügung gestellten Rohstoff wird? Oder sollte er nur angemessen für seine Arbeit wie Planung, Exploration und Durchführung bezahlt werden? Die sofortige Verurteilung des Fragenden als Linker ist wohl ein wenig dürftig, denn es geht lediglich um eine ernst gemeinte Fragestellung. Auf der anderen Seite wird die rechte Keule geschwungen. Ein Historiker, der bestehende Geschichtsbücher auf Richtigkeit und Logik hinterfragt und zu nicht gewünschten Ergebnissen kommt, wird als Revisionist oder Rechtsextremist bezeichnet. Revisionen sind Überprüfungen von Geschichts-, aber zum Beispiel auch von Geschäftsbüchern. Jeder Unternehmer kennt diese Prüfer vom Finanzamt, die Niedergeschriebenes hinterfragen. Auch diese Revisionisten kommen oft aus Sicht des Unternehmers zu unerwünschten Ergebnissen. Aber würde man sie deshalb als Steuerextremisten bezeichnen oder als Finanznazis? Natürlich nicht. Übrigens waren die damaligen Nazis eigentlich Linke oder Rechte. Vor 1933 war die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ganz klar die Linke. Später wurden aus den Nationalsozialisten Nazis, also Rechte. Über dieses Thema weiß man natürlich sehr wenig, denn darüber findet man in den herrschenden Geschichtsbüchern keine Aufklärung. Wir sollten also sachlich an die Fragen herangehen. Gerade der letzte 30-jährige Krieg von 1914, Beginn des sogenannten Ersten Weltkrieges, bis 1944, das sogenannte Bretton-Woods-Abkommen, muss außerordentlich sensibel angegangen werden, da in den verschiedenen Phasen dieser aggressiven Zeit furchtbare Grausamkeiten zu verzeichnen sind. Leider arbeiten bis heute nicht alle kriegsteilnehmenden Staaten ihre Geschichte selbstkritisch auf, um daraus zu lernen. Ich spüre bei diesen Worten eine regelrecht angstverursachende Kälte entgegenströmen. Will der Pop die Deutschen etwa reinwaschen? Nein, sage ich ihnen, ich will nur versuchen, ein reales historisches Bild zu ermitteln, damit alle beteiligten Kriegsparteien erkennen, wie sie von ihren jeweiligen Regierungen manipuliert wurden. Diese Verwerfungen sollten künftig vermieden werden. Jeder gefallene Soldat ist einer zu viel, unabhängig davon, ob er nun Amerikaner, Engländer, Russe, Franzose, Deutscher oder was auch immer ist. Die vielen zivilen Opfer sind mir ebenfalls wichtig zu erwähnen. Keinem normalen Bürger nutzte jemals ein Krieg. Es heißt als Binsenweisheit, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Ich gehe da weiter. Ich glaube, die Wahrheit stirbt lange vor jedem Krieg, indem man durch Lügen und propagandistische Maßnahmen erst einmal Ängste und Hass schürt, damit die Bürger den Krieg auch einsehen und durchführen. Betrachten wir nur die letzte Dekade, als Osama Bin Laden die USA angriff, Saddam Hussein die Welt mit Massenvernichtungswaffen bedrohte und heute Ahmadinejad kurz davor steht, mit seinen Atombomben Israel von der Landkarte zu radieren. Offenbar lernen wir wirklich nichts aus der Vergangenheit und es würde mich nicht wundern, wenn die Iraklügen des angelsächsischen Geheimdienstes in 100 Jahren in keinem Geschichtsbuch mehr stehen. Tja, wenn dann kein Zeitzeuge mehr vorhanden ist, wer soll sich darüber aufregen? Aktuell sollten wir uns alle um die israelische und iranische Bevölkerung ernsthaft sorgen, die vermutlich wieder von ihren jeweiligen Regierungsadministrationen propagandistisch gegeneinander aufgehetzt werden. Wir sollten endlich anfangen, die Gesamtsysteme zu hinterfragen. Statt Teile und Herrschespiel könnte man auch sagen, ihr streitet, ich herrsche. So oder ähnlich könnten die Initiatoren dieser Welt denken. Die vielen sinnlosen Kriege, der völlig unnötige Welthunger, die deprimierten Menschen und so weiter könnten durch autarkes Denken der Völker schnell der Vergangenheit angehören. Aber dazu müssen wir unbedingt zusammenrücken, nicht unbedingt zusammenschließen. Das Überbevölkerungsdogma ist widerlegbar. Wir sind nicht zu viele. Wir sind einfach nur zu blöd. Wir brauchen endlich Toleranz auf allen Ebenen. Warum unterstellen mir kritische Blocks der linken Szene, dass ich als rechte angesehen werden muss, während mich die rechte Szene als ultralinks diffamiert? Hier erkennt man die entstehenden Probleme, wenn man außerhalb dieser organisierten Parameter steht. Zwei Punkte möchte ich noch deutlich machen. Erstens, lasst uns sachlich zielgerichtet und mit Respekt kommunizieren und auf diese Weise für eine friedliche Welt eintreten. Wir sollten über andere Menschen immer so sprechen, wie wir es auch täten, wenn uns die betroffenen Personen gegenüber säßen. Auch ich habe in der Vergangenheit nicht immer diese wichtige Voraussetzung beherzigt und möchte mich bei den betroffenen Personen in aller Form entschuldigen, die ich diffamiert haben sollte, obwohl ich vorher nicht persönlich mit ihnen kommunizierte. Natürlich gebe auch ich gern meine Fehlbarkeit zu. Zweitens, lasst uns anfangen, erst dann besonders mediale Aussagen zu beurteilen, wenn wir alle Seiten tatsächlich angehört haben. Bis zum heutigen Tage habe ich noch keinen Taliban-Führer in seiner Sprache mit Untertiteln in den Medien gehört. Allein die gebetsmühlenartigen Medienaussagen, es seien Terroristen, reichen für eine Meinungsbildung einfach nicht aus. Auch hört man niemals zum Beispiel einen NPD-Funktionär live im Fernsehen, damit man sich selbst ein Urteil über seine dumpfe und diffamierende Gesinnung machen kann. Hält man die Bürger für so dumm, dass sie nicht erkennen würden, wenn ein solcher Mensch lediglich eine ideologisch geprägte Gewalt predigen würde? Grönende Figuren, bei denen man nicht einmal weiß, ob sie vom Verfassungsschutz finanziert werden, meine ich natürlich nicht. Welche tatsächlichen Aussagen würde zum Beispiel ein sogenannter linksautonomer Führer von sich geben, wenn er vor einer Kamera säße? Würden wir nicht die Chance erhöhen, die konkreten Ursachen für ein eventuell extremistisches Gedankengut zu ermitteln? Die Argumentation, solchen Extremisten keine Plattform zu bieten, ist aus meiner Sicht einfach zu kurz gesprungen. Wovor hat man Angst? Vor Kommunikation? Ich persönlich kenne keine Personen aus extremistischen, gewaltpredigenden Kreisen und traue mich auch nicht, einen kommunikativen Kontakt zu suchen, da man diesen Vorgang als Sympathisant medial verfremden kann, wie ich es bereits erlebte. So bleibt mir nur die Möglichkeit, einzelne Personen aus meinem Leben auszuschließen, die sich als stumpf und gewaltbereit herausstellen. Ich bitte die vielen Menschen aus den verschiedenen Generationen und Kulturkreisen, die sich wirklich für eine bessere und gerechtere Welt einsetzen wollen, ihr autarkes Denken zu schärfen und sich niemals von Verführern einlullen zu lassen. Diese Gefahr besteht insbesondere in Blocks und Aktivistengruppen, aber auch in den politischen Parteien, Konzernen, Verbänden und Massenmedien. Die veröffentlichte Meinung hat aus meiner Sicht nichts mit der öffentlichen Meinung zu tun. Sprechen wir also miteinander, und zwar alle, ohne Verurteile. Wir haben zwei Ohren und zwei Augen, aber nur einen Mund. Vielleicht sollten wir daraus ableiten, dass wir die doppelte Zeit hören und sehen sollten, aber nur die einfache Zeit sprechen. Vielleicht wird auch dann unser Plan B erst einmal gelesen und durchdacht und danach darüber gesprochen. Pauschale Diffamierungen unserer Ergebnisse zeigen deutlich, wie richtig wir offenbar bei unseren Forschungen liegen. Mit unserem Lösungsmodell würden wir eine deutliche Umkehr der absurden Feindbilder bewerkstelligen, gerade weil wir die Eigenschaften der aktuellen Menschheit als Basis akzeptieren. Modelle, die im ersten Schritt einen großen Bewusstseinssprung benötigen, sind nicht unser Thema. Alles zu seiner Zeit. Ich hoffe sehr, dass diese Ausgabe vor allem verbindende Elemente vermittelt, denn es geht nicht um Parteinahme für irgendwelche Gruppierungen, sondern es geht um alle Menschen dieser Welt. Niemand bräuchte verelendend, dahin zu vegetieren, würden wir die richtigen Weichen stellen. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir ein faires Gesamtsystem einführen, von dem alle Menschen partizipieren, egal ob arm oder reich? Es gibt viel zu tun. Griechenland würde sich als Testmodell für eine tatsächliche Neuordnung wirklich anbieten. Langsam sollten wir alle erkennen, dass es keinen Sinn macht, nicht systemkonforme Länder mit Bombardierungen ausbremsen zu wollen. Ich glaube sogar, dass immer mehr Menschen erwachen und dieser positive Prozess weitergehen wird. Unterstützend sollte jetzt die künstliche Spaltung der Menschen, zum Beispiel durch Aktivistengruppen, Blogs, Vereinen, Parteien usw. überwunden werden. Die Chancen sind gut, denn die zurzeit noch subkutan verlaufende Exponentialentwicklung der Erkenntnis könnte sehr kurzfristig nach oben durchbrechen. Toleranz ist eine echte Lebenseinstellung und kein Pseudobegriff. Denken Sie immer an das alte tibetanische Sprichwort. Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. In diesem Sinne, alles Gute für Sie, Ihr Andreas Popp. Untertitelung des ZDF für funk, 2017